Hallo und so und schön, dass du dabei bist und ihr habt auch gleich Bild. Tja, es ist ja ein bisschen länger her, dass bei mir ein Video kam. So, jetzt habt ihr Bild, das verzerrt ist und jetzt ist es richtig. Es ist ja ein bisschen länger her, dass bei mir ein Video kam. Ich hatte ein bisschen viel am Hals, jetzt ist es endlich ein bisschen ruhiger geworden und ich kann wieder eine Runde aufnehmen und hochladen. So, jetzt haben wir ein bisschen den Start verpasst, so das sollte... Ja, cool, hat sich keiner rüber gebaut. Ich hätte nichts sagen sollen. So. Ja, ich habe jetzt schon ein bisschen länger nicht mehr so richtig Bad Force gespielt. Wahrscheinlich richtig scheiße geworden. Hahaha, Opfrow. Lol. Wenigstens ist es nicht so einer von diesen dreckigen Säcken, die dann hier scheiß Cobweb nehmen. Oh, da habe ich angetan. Hä? Hä? Ach, lol. Ich hätte so... Ich hätte so... Ges... Gesagt, er hätte... Äh, das... Über sich zugebaut. Nein. Lol. Wie er schon wieder runter springt. Er ist suizidgefährdet. Hä? Was ist bei dem los? Nein, leck. Leck. Und zwar nicht mal an meiner Schulter, dass es geleckt hat. Alter. Der holt mich, wenn ich da hingehe. So schnell kriege ich niemals eine Mauer aufgebaut, muss ich einfach mal selbst sagen. Ich kann natürlich versuchen, da einen Block hinzusetzen, dass er links rausspringen müsste. Ja, geil. Ähm, das wird ziemlich knapp, denke ich mal. Hingigstens kommt der da drüben nicht zu mir. Ich könnte natürlich... Ne, Cobwebs sind kacke. Mach ich nicht. Ja, ich kann halt nix machen. Aber dann greifen wir selbst. Ich bleibe einfach mal hier. Was soll ich denn machen? So, dann können wir erstmal frei runterspringen. Runterspringen ist so 100% Selbstmord halt. Ich versuche ihn mal ein bisschen zu baiten. Komm. Ja, es hat geklappt. Ich habe ihn weggebaitet. Nice. Okay. Dann auf zu Blau rüber. Oh, Blau gibt es gar nicht mehr. Na, egal. Er hat so einen halben Weg zur Mitte, glaube ich, gebaut. So, jetzt kommen Igeln. Ja, man kann auch noch schneller Igeln. Aber mache ich gerade einfach mal nicht. Ich möchte nicht sterben. Mit Texture Pack. Ausnahmsweise mal. Weil es halt doch schon besser aussieht. Muss ich einfach mal zugeben. Warum habt ihr denn alle denselben Scheiß-Skin? Are you kidding me? Ey. Das ist der letzte. Wenigstens. So. So. 12 Gold. Nice. Wo baut dieser Typ sich denn eigentlich rum? Der muss doch am Arsch der Welt... Oh, ich habe das Eisen vergessen. Der muss doch am Arsch der Welt sein. Ah, jetzt wissen wir, wo er sich rum baut. Ah, der ist bei mir. Naja. Finde ich jetzt nicht so tragisch. Kann man euch jetzt krasses Equipment holen, ne? So. Zack, 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 zack. Ich habe keinen Scheiß-Bronze. Ist klar. So. Ein paar mit Blöcke, Essen. Ein paar mit Blöcke, Essen. OP-Schwert und... Bögelchen. So, dann wollen wir mal rübergehen, glaube ich. Lieber ein Hurensohn sein und Spam. Oh, ich habe es geschafft. Oh, ich bin on the run. Oh, der hat sich selbst... Er hat Suizid begangen. Ich schaff's nicht. Ich schaff's nicht. Na, okay, ich bleib hier. Danke für Gold und so. Steht mal mit. So. Nice. Erstmal Federn kassieren, nochmal ein bisschen Gold. So. Was holen wir uns jetzt? Ich denke mal, eine Spitzhacke ist drin. Was holen wir uns jetzt? Also, das und das wieder. Zack. Eine Rettungsplattform finde ich gerade ganz wichtig. Und... Das kann man sich noch holen. Hä, wie schnell baut dieser Spast? Lol, er ist daneben gesprungen. Bei ihm läuft richtig. So, können wir es ja hochbauen. Ich sag doch, Rettungsplattform ist wichtig. So. Aber wie schnell ist dieser Typ denn jedes Mal wieder hier? Der braucht keine drei Sekunden. Ups, das wollte ich gar nicht kaufen. Na, egal. Jetzt haben wir zwei davon. Ernsthaft? Wie schnell ist der wieder hier? Nein. Oh, ey. Wie oft will ich mir denn noch Rettungsplattformen kaufen? Wenn es so weiter geht. Er steht halt nicht, wie er echt so schnell... Lol, er hat sich auch zur Mitte gebaut. Wie der Typ einfach dreimal... Was? Das waren drei gute Shots. Kann man nicht gegen sagen. Ich will das nicht verlieren. Nicht so kampflos. Und der stimmt nochmal. Okay, weil ihm läuft. Ja, der Typ ist echt sauschnell wieder hier. So, nochmal eine Rettungsplattform. Kann man sich zwei inzwischen kaufen? Nee. Das war auch kein Dilemma. Okay, nice. Irgendwie stirbt er die ganze Zeit. Ich weiß nicht warum. Komm, irgendwas sollen wir uns noch holen. Hier ein Goldäpfelchen. Ich würde eigentlich gerne einen Kopfball holen, weil die sind jetzt alle runtergefallen. Essen wir was. Ich habe ihn nicht gekriegt, aber das passt. Ja, wir haben ihn. Ich komme von hier halt nicht rüber. Ich will das einfach gewinnen, okay? Der regt sich schon wieder auf ohne Grund. Und das gibt es gar nicht. Ich weiß doch eh, dass du mich einfach nur in deiner Base haben möchtest. Junge, für wie scheiße hält der mich denn? Ich gucke mal auf seinen Sitz. Ja, 113. Du verlierst sowas nicht. Ey, der Typ hält mich für den kompletten Vollspasten, ne? Der will mich doch echt verarschen. Wo ist der überhaupt? Na, das war jetzt blöd, dass ich den aus den Augen verloren habe. Machen wir hier eine kleine Sicherung rein. Ja, wir haben jetzt noch die Rettungsplattform an sich. Aber ich will es echt ungern jetzt noch verlieren, irgendwie. Und wenn er es irgendwie noch so verdient hätte, ich möchte es jetzt gewinnen. Hä, wo ist denn dieser Typ jetzt schon wieder? Er ist nicht auf dem Weg zu mir, würde ich mal ganz spontan behaupten. Der gammelt hier irgendwo rum, ich weiß es. Ich ermute auch irgendwie, dass er in seiner Base ist. Wahrscheinlich hat er sich gerade einen Bogen geholt. Das heißt wahrscheinlich, auf jeden Fall. Ich frage mich halt echt irgendwie, wo der ist. Er muss... Man denkt, der lässt einfach so seine Base aus dem... Hä? Nee, man denkt. Der gibt doch nicht einfach so sein Bett auf. Ich gewinne es noch. Ja! GG! Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal meine Position da. War's... Besser. Und dann... Äh, hoffe ich, ihr seht uns zweimal nächstes Mal wieder. Tschüss!